Herzlich willkommen zum 198. Video auf dem YouTube-Panel Biking is Awesome. Keine Ahnung, warum wir uns gerade so ein Intro überlegt haben. Ja, was wollen wir heute mit euch machen? Wir werden heute an unserem schönen Retro-Mountainbike, wobei mittlerweile kann man es schon fast Mountainbike nennen. Ich finde, es ist gar nicht mehr so viel Retro da. Wobei doch, man sieht es vielleicht trotzdem auch mal am Amen. Wird gut. Wird gut. Wir werden heute den Steuersatz einpressen. Und da habe ich ein Werkzeug selber gebaut. Und wie euch sozusagen, wir reden gerade gar nicht länger weiter rum. Und zeigen euch das mal. So sieht das schöne Werkzeug aus. Das ist quasi einfach nur eine Gewindestange mit einer riesigen Beilagscheibe auf beiden Seiten. Hier kann man dann die Mutter einfach abschrauben. Kann das hier abziehen. Steuersatz einfädeln, drauf machen. Dann festschrauben und logischerweise so einpressen. Ja, ist ein ganz einfaches Werkzeug. Da kann sich eigentlich jeder selber zusammenbauen. Funktioniert einwandfrei. Man muss halt nur echt aufpassen, dass man das Ganze gerade einpresst. Dann empfehle ich auch noch Montagepaste. Die ist auf jeden Fall hilfreich. Und natürlich brauchen wir einen Steuersatz. Wir schauen uns jetzt gleich mal an, was wir hier Schönes haben. Gut, da muss ich jetzt selber mal überlegen. Ich habe lange nicht mehr mit so einem Steuersatz gearbeitet. Und zwar brauchen wir erstmal die zwei Lagerschalen. Genau, das sind die hier. Und diese beiden Lagerschalen müssen wir letztendend in unser Rahmensteuerrohr einpressen. Der Rest ist dann, ja, Funktion vom Steuersatz. Da müssen wir dann auch mal schauen, wie das funktioniert. Grob weiß ich es noch. Aber das schauen wir dann uns einfach beim Einbau der Federgabel an. Heute Lagerschalen einpressen. Los geht's. Jetzt schauen wir uns das grob erstmal an, wie das denn hier so aussieht. Das wird wunderbar gehen. Das sehe ich jetzt schon unten wahrscheinlich auch. Also das Prozedere ist von oben und unten logischerweise das gleiche. Deswegen zeigen wir euch das Ganze nur einmal und oben. Weil oben ist es schöner zum Ansehen. Ja, ihr seht jetzt schon, man kann es schon so leicht neidrücken. Aber das reicht natürlich noch nicht aus. Wichtig ist, dass hier innen alles schön sauber ist und nicht irgendwelche Steinten oder sowas dazwischen ist. In unserem Fall ist hier jetzt frische Farbe drauf. Die macht aber gar nichts, weil das ist nur eine ganz dünne Schicht. Und da wir eh den alten eher mit Gewalt rausgeschlagen haben, schadet es nicht, wenn hier ein bisschen mehr Farbe wieder drauf ist. Bei einem normalen Fahrradrahmen ist das natürlich alles heil und dann muss man da auch nicht so rumwurksen. Ja, jetzt machen wir hier ein bisschen... Wobei, ganz ehrlich, ich glaube wir machen keine Montagepaste ran, so locker wie der ist. Ja. Keine Montagepaste. Also Leute, keine Montagepaste. Benutzt sonst, wenn ihr ein hochwertigeres Mountainbike habt, sage ich mal, alles über 300 Euro im Neupreis. Benutzt bitte Montagepaste beim Einpressen des Steuersatzes. Bei solchen Retro-Geschichten hier muss es halt letzten Endes nicht funktionieren. Deshalb werden wir da jetzt nicht lange rummachen. Nachher löst sich dann der Steuersatz. Das wäre auch blöd. So, jetzt drücke ich den schon mal so ein bisschen rein. Der geht echt für ihn selbst rein. Ja gut. Dann holen wir unser Werkzeug. Ui. Stecken wir die Gewindestange durch. Machen wir unsere Scheiben drauf. So. Und dann müssen wir das Ganze natürlich festmachen. Jetzt schauen, dass es gerade rein geht. So. Jetzt ist es gerade ausgerichtet. Ich hoffe, man sieht es am Bild. Also hier, die Platte muss gerade sein. Am besten von hier ein wenig reinschauen. So. Ich denke, es schaut gut aus. So können wir es rein pressen. Und jetzt. 2,19er Schlüssel. Je nachdem, was ihr halt hier verwendet habt. So. Und dann wird das Ganze eingepresst. Das war's schon. Ja, ihr seht. Da war nicht viel dabei. Jetzt können wir das Werkzeug schon abnehmen. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir sauber gearbeitet haben. Ja, wunderbar. Ja, top. Einwandfrei. Tja, Leute. Und das Ganze macht ihr jetzt noch von der anderen Seite. Und dann kann ich euch gar nicht mehr zeigen im heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und ja, bis zu einem anderen Video. Servus. ... ... ... ... ... Vielen Dank.